yo leute was geht denn damit herzlich willkommen zu dem video auf unserem kanal und heute bin ich hier wieder in minecraft mit max schönen guten tag und heute werden wir die f5 challenge machen und deswegen gehe ich hier erstmal schon in den f5 modus und würde ich sagen max bau dich rüber oder mache langsam derger das wird echt aides alter vor allen dingen kämpfen und wir müssen zu denen direkt neben uns würde ich sagen bau langsam bau langsam wir haben keine eile wir müssen erst mal die neben uns weg regnen was wie hat ich will ganz kurz wissen wie die doch geschafft haben schwerer ich dachte ok leute nächste runde am start max wird sagen bau direkt rüber mach langsam wie gesagt na wenn wir die nachbarn erstmal geklatscht haben und dann einer von uns die er hat dann könnte es eigentlich easy werden weiß ich meine du den schwert macht du den schwert ja ich kann hier nicht mal block setzen ich kann hier nicht schnell bauen ja wohl wo es läuft es läuft auch nein der eine kommt zu uns fack ja fack ich bin kein mädchen so was macht so leute nächste runde ja würde ich dir sagen du brauchst so die ja insel ja würde ich jetzt mal sagen du brauchst du dir insel und dann gucken wir mal was abgeht die kommen direkt die machen direkt auge die machen direkt auge auf uns max hast du den bogen von der anderen seite angegriffen okay die sind gleich dauern ja der ist gleich dauern was auf die kämpfen da wollen wir dann die direkt pushen jacke ganz bald ich bin tot jetzt halt den schach ich halte ihn ich halte ihn ich halte ihn er hat keine app zum glück allerdings der ist gleich tot der hat nicht mehr fehl digga das kann man jetzt nicht sein mann nach außen trimmen nach außen trinken nach außen trinken ja wohl ja hier die mittel und blau dahinter aber die team digga obwohl nein der der macht schlau einer läuft zu roh drüber rot ist fast ja ja rot ist down einer kommt zu uns ein zieren jawohl ich hab den hilfe max aus der ferne du musst kommen digga ja geil ich hab ihn ich habe beide ich weiß nicht ich muss gucken jetzt wenn da jemand kommt bin ich am arsch halt dieser typ ist echt dumm hier 17 17 2 kommt zu uns der andere läuft zurück zu uns ich hab den einmal getroffen 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 kommt auf jeden fall zu uns jetzt habe ich ihn nein er holt sich in die rüste macht er holt sich die rüste er hat sich die rüste geholt jetzt hat er mich komm hol ihn hol ihn hol ihn hol ihn jawohl junge ja das war so ein video falls euch gefallen hat lassen doch noch oben da aber wenn ich im fernsehen die jungs wir haben es geschafft und falls ihr bock auf mehr challenges habt dann lasst man daumen nach oben da schreibt gerne in kommentare welches challenge wir als nächstes machen könnten und ja willst noch was sagen ja leute und damit sagen bis zum nächsten mal haut rein und schau